Hallo, also ich bin Emo und es geht darum, also ich heiße Marc und ich möchte ganz, ganz gern ein paar Freunde haben, weil ich habe keine Freunde. Ich finde auch ganz schwer welche, also ich bin fast nie Freunde. Und ja, deswegen mache ich jetzt ein Video hier im Internet, weil ich bin Emo und ich habe keine Freunde. Ja, und ich hätte ganz, 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 ganz gern so ein paar nette Freunde, aber sie sollten am besten auch so Emo sein wie ich oder Bollo, Bollo ist ja klar. Aber ja, ihr könnt auch einfach mich anrufen auf Handy, ist ja hier Internet, da ist man ja unter sich, das ist die 0174 88 26358. Ja, ich habe auch MSN, das ist TS- auf-illusions-at-hotmail.com. Ja, und ich habe auch ICQ, aber ich weiß die Nummer gerade gar nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Ja, aber das ist ja kein Problem, ihr könnt mich auch über MSN einfach oder mich anrufen. Ja, ähm, also Mädchen, also ich habe keine Freunde, ich suche ein Mädchen, es sollte auch Bollo sein. Ja, Bollo ist gut, ähm, ja, ihr könnt mich auch einfach anschreiben, aber ich habe halt keine Freunde. Und ja, ja, cool. Ja, also, ihr könnt mich dann kontaktieren, wenn ihr wollt. Ja, aber, ja, dann können wir einfach so reden, nicht wahr? Und ja, wie gesagt, ich habe keine Freunde und ich bin Emo, habe ich ja schon gesagt. Also, ich freue mich auf euch. Ja, cool. Ja, jedenfalls, ich freue mich auf euch. Ciao.